hey leute kurzes knappes intro ich wollte euch heute endlich zeigen wie ich meine instagram bilder bearbeite weil ich habe momentan dieses white feed i don't know how to call it aber ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen wie ich das so mache und welche apps ich benutze und noch so ein paar tipps die ich sonst noch habe also auf geht's da ich leider nicht so ein cooles programm habe um mein handy auf den pc zu duplizieren oder so muss ich euch das jetzt einfach so zeigen aber ich hoffe dass es nicht allzu schlimm ich benutze zum bilder bearbeiten einfach nur die app visco cam und pixart ich beginne dann mit visco cam hier könnt ihr zum beispiel sehen meine bilder sind nicht von anfang an so schwarz weiß mäßig sondern halt so ja hier gehe ich dann zuerst auf import und suche mir das bild raus welches ich bearbeiten möchte und ich glaube das war das hier ich kann euch nachher noch mal einem anderen beispiel zeigen wie ich dann meine bilder noch mal so ein bisschen anders bearbeite das mache ich nämlich eigentlich bei je nachdem so spiegel selfies mache ich es eigentlich immer gleich und bei so selfies halt anders aber halt auch immer gleich so oh mein gott das war jetzt voll kompliziert ich beginne jetzt damit dass ich hier auf dieses dingsbums symbol gehe und ich werde in diesem video wahrscheinlich hunderttausend mal dingsbums sage sagen dann verstelle ich erst mal ein bisschen die helligkeit weil mir ist es wichtig dass bilder schön hell sind und ja das mache ich dann halt erst mal so als erstes ach was auch noch wichtig ist dass euer bildschirmhelligkeit vom handy ganz ganz weit oben ist weil sonst ist das nachher ein bisschen schwierig und ich muss euch mal ein bisschen näher handeln sonst kann ich selber nicht sehen was ich auf meinem handy mache ist ja auch blöd ne oh gott dieses video ist jetzt schon komplett kompliziert okay wie gesagt ich mache erst mal die helligkeit relativ hell und wenn es mir dann hell genug ist gehe ich auf den kontrast und verstelle den einfach mal so ganz leicht um fünf circa einfach dass die farben ein bisschen kräftiger sind und ja das macht es alles noch ein bisschen schöner ich möchte dieses bild jetzt noch ein kleines bisschen warte mal kann ich das denn hier ich will das einfach nur quadratisch haben aber einfach noch mal ein bisschen ausgeschnitten was mir auch wichtig ist dass die bilder immer quadratisch sind das heißt ich fotografiere die bilder mit dem iphone kann man das zum beispiel so einstellen dass die bilder halt quadratisch sind und das mache ich dann auch immer dann als nächstes verstelle ich die schärfe das ist auch ganz cool weil so sehen eure bilder einfach ein bisschen schärfer aus offensichtlich ja und haben also es sieht dann so aus als hätten sie eine bessere qualität man sollte es nicht zu übertreiben weil sonst wird es zu körnig das habe ich auch aber manchmal erkennt man das so auf den ersten ja am anfang erkennt man das dann nicht immer so und dann ist es schon zu spät und oh mein gott dann als nächstes gehe ich auf lichtfarbe damit das bild nicht so überbelichtet ist drehe ich das einfach ein bisschen runter bzw hoch ihr könnt das ja so erkennen dass es einfach dann nicht so ganz überbelichtet ist ist auch eine echt super funktion dann der wahrscheinlich wichtigste step in meinem bilder bearbeiten ist dass ich die temperatur in den minusbereich setzte einfach dass die bilder zum beispiel hier sieht man das ja dass sie dann bläulicher werden und hier gelbstichiger ich mag es halt einfach ein bisschen kühler es ist auch immer ganz gut wenn man so ein bisschen ranzoomt aber man sollte es immer auch so im gesamtbild sehen weil wenn ich so ein bild bearbeite dann ist es mir wichtig wie ich in dem bild aussehe und nicht der hintergrund weil den hintergrund werde ich sowieso schwarz weiß machen und hier könnt ihr nochmal den unterschied sehen so war es vorher und so ist es jetzt ich werde das jetzt einfach mal so auf zwei lassen das gefällt mir eigentlich ganz gut denke ich werde noch mal ein bisschen was an der helligkeit ändern und dann wären wir eigentlich auch schon durch mit dieser app was ihr natürlich auch noch machen könnt ist zum beispiel die sättigung ein bisschen höher dann wird das bild rot stichiger oder halt auch wieder runter dann wird das bild ein bisschen ja weniger farbig und dann könnt ihr halt noch ein bisschen mehr mit der temperatur spielen und gefällt es nicht dass meine knie so rot sind das fakt ein bisschen ab so aber im prinzip wäre das dann schon mit dieser app ich kann euch das noch mal so ein bisschen näher zeigen hoffentlich wenn es ein bisschen scharf stellt ja dann geht ihr auf speichern und dann auf diese drei punkte hier dann in aufnahmen speichern originalgröße und dann geht es auch schon weiter in die nächste app und zwar ist das pixart die dauert die dauert immer ein bisschen zum laden so dann gehen wir hier mal auf das nette pluszeichen bearbeiten suchen unser bild aus und dann beginnt auch schon der ganze spaß ich hoffe ich kann euch jetzt noch ein bisschen näher ranholen so ungefähr das ist doch fast schon perfekt so weil wir gehen jetzt auf diesen effekte filter der ist super klasse weil hier könnt ihr ein bisschen durch scrollen und dann findet ihr relativ am ende diesen einfach nur es und w filter das bedeutet schwarz weiß und jetzt seht ihr ist das ganze bild schwarz weiß das ist natürlich nicht das was wir wollen weil wir wollen ja uns noch bunt haben und deswegen gehen wir auf das radier symbol und radieren uns aus wenn man das so sagen kann ja das ist immer ein bisschen bisschen nervig wenn man wenn man nicht so wenn man relativ genau arbeiten muss aber das macht halt schon viel her so weil ihr dann fast immer ein einheitliches feed habt ich mach das jetzt erstmal so grob aber ich denke ihr wisst wie ich das meine und wenn ihr euch jetzt sag ich mal so vermalt habt dann könnt ihr einfach wieder auf den stift gehen und das ausbessern das ist eigentlich super easy wenn man es ein paar mal gemacht hat und ja so ich bin jetzt fertig mit dem bearbeiten und als nächstes gehen wir einfach hier auf dieses häkchen und dann auf text und dann auf text dann gebe ich immer mein wasserzeichen ein also meinen namen crystal unterstrich nein unterstrich nele crystal nele nein ich nehme kein crystal meth ist okay ihr witzbolde so das setzen wir dann mal irgendwo hin wo es ja hinpasst und dann gehe ich auf deckkraft und lasse das schön verblassen dass es einfach nicht mehr so crazy auffällig ist aber ja es ist immer noch da wie ihr sehen könnt ne super klasse dann kann man weil mich das auch einige gefragt haben wie ich diese äh äh sticker mache ähm geht ihr einfach auf sticker hier und da findet ihr zum beispiel schon welche die ich einfach so benutzt habe da kann man zum beispiel auf entdecken gehen und dann findet man hier echt richtig richtig coole sachen ähm ich weiß nicht was kann ich denn textbubble oder so text text wie schreibe ich ein bubble ja auf jeden fall kommen wie man das hier schon sehen kann kommen da schon einige was ist das äh auf jeden fall ähm ja kommen da auf jeden fall richtig richtig coole textsticker und alles mögliche das ist super super cool und habe ich auch erst vor kurzem so rausgefunden ja ich weiß nicht ob auf diesem bild jetzt unbedingt ein sticker nötig ist ähm komm ich nehme mal jedes senpai never upsela ja ok ne das ich weiß nicht ob mir das so gefällt muss man eben wenn ich das hier so hinklatsche sieht das eigentlich ganz cool aus oder? sieht das cool aus? sieht eigentlich ganz cool aus ne? kann man halt entweder so sachen nehmen oder was habe ich denn noch hier ist mega geil aber ich lasse das jetzt so weil es mir so eigentlich ganz nice gefällt dann geht man einfach hier auf ja genau auf privat speichern und warum ist das jetzt anders? verstehe ich nicht jedenfalls sind wir jetzt hier noch nicht am ende angekommen denn wenn ich meine bilder dann poste dann gehe ich ähm nochmal gucken ob ich das auch wirklich so mir das wirklich so gefällt stelle vielleicht nochmal ein bisschen was in der helligkeit ein so nochmal ein bisschen den Kontrast so bisschen wieder die wärme runter bis es mir halt gut gefällt und dann poste ich das auch schon dann äh ja ich mach das mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder so das Bild ist jetzt auf jeden Fall hochgeladen und weil ich euch ja gerade noch erzählt habe dass ich auf jeden Fall noch euch zeigen möchte wie ich so Selfies bearbeite ähm mach ich das jetzt auch mal ich habe glaube ich gar nicht so viele Selfies die ich hoch naden wollen würde die schon nämlich alle nicht so gelungen aber ich nehme jetzt einfach mal DÜSCH oder DÜSCH oder DÜSCH ich nehme das wir nehmen jetzt einfach mal das hier ähm wie ihr sehen könnt der Hintergrund ist relativ gelb da gehe ich einfach wie gewohnt Helligkeit Kontrast und Schärfe aber da macht man nur ganz leicht so weil sonst sieht das zu grisselig aus ähm bisschen die Überbelichtung rausnehmen rausnehmen und dann eigentlich auch schon die Temperatur das Ding ist da kann man halt jetzt muss man ein bisschen mit Kontrast und so spielen ein bisschen wieder die Schärfe rausnehmen das ist immer bei Selfies ein bisschen schwierig so ich habe das jetzt ungefähr so gemacht dass es zu meinem Feed passt ihr könnt das ich kann nicht ran so wir können das ja ungefähr erkennen dass es jetzt ein bisschen stimmiger ist mir gefällt es ehrlich gesagt auch nicht ganz so gut weil der Hintergrund halt immer so ein bisschen ja wie soll ich sagen grünig wirkt ich weiß nicht kann ich das mit irgendwas vielleicht ausgleichen ich schau mal nicht Farbe ich würde das so besser ich glaube es ist so ein bisschen besser oder aber ja hier ist mein Bild da packe ich jetzt mein Wasserzeichen drauf Add Crystal oh mein Gott ich hoffe das Video war irgendwie ansatzweise hilfreich ich weiß nämlich selbst nie so genau wie ich meine Bilder bearbeite also es ist schon im Prinzip immer das gleiche aber man muss halt gucken weil jedes Bild hat eine andere Belichtung und demnach muss man dann halt jedes Bild auch immer ein bisschen anders bearbeiten und ja hier habe ich jetzt zum Beispiel das Wasserzeichen schwarz gemacht beziehungsweise grau ich habe ja hier den die Deckkraft noch ein bisschen rausgenommen ja Crystal Mabel so sieht doch schon mal gut aus man kann jetzt theoretisch noch bei Korrektur so ein bisschen Gesichtskorrektur Zahnauffällungen ich glaube diese Zahnauffällungen habe ich selbst irgendwie nie so ganz verstanden keine Ahnung das macht es irgendwie einfach nur grau und das finde ich halt irgendwie komisch und ja ich weiß nicht man könnte jetzt noch gucken wie das aussieht wenn ich hier den Hintergrund schwarz-weiß mache ich glaube das gewöhne ich mir auch an dass ich bei Selfies auch den Hintergrund schwarz-weiß mache weil so ist das alles dann einheitlicher ich habe nicht das Problem dass die Belichtung immer komisch ist oder was auch immer ja und ja ich gucke jetzt einfach mal wie das aussieht und melde mich gleich wieder so hier seht ihr jetzt nochmal das Bild mit dem schwarz-weiß Hintergrund und ich glaube hier ohne hier mit hier ohne ich weiß noch nicht so ganz genau ich glaube ich werde jetzt einfach mal das mit dem schwarz-weiß Hintergrund hochladen weil es ja im Prinzip auch besser zu dem hier passt und ja dann würde ich sagen ich glaube das war jetzt auch alles wie ich meine Bilder bearbeite ähm naja ich hoffe euch hat das Video ein bisschen weiter geholfen und ganz ehrlich ich bin selbst noch ein bisschen am rumprobieren wie ich so das Beste aus meinen Bildern rausholen kann weil mir macht das total Spaß Bilder zu bearbeiten und ähm ja das ist auch das Wichtigste das Spaß macht stresst euch nicht so es ist nicht schlimm wenn die Bilder nicht alle auf das Feed passen so YOLO egal es gibt auch so Feedplaner Apps die habe ich auch nicht weil keine Ahnung ich finde das irgendwie komisch und falls ich doch mal irgendwann eine gute finde dann kann ich die euch ja mal vorstellen ich muss noch eine Kleinigkeit dazu sagen nicht jedes Handy macht die selben Bilder also ähm ihr müsst euch überlegen jedes Handy hat eine andere Kamera das heißt die Bilder sehen immer anders aus vom Lichtverhältnis her von der Farbintensität das heißt wenn ich meine Bilder so bearbeite dann funktioniert das für mich gut für meine Lichtverhältnisse in meinem Zimmer und ähm ja wenn ihr jetzt zum Beispiel ein anderes Handy habt dann kann es sein dass es bei euch ein bisschen anders aussieht aber ja findet einfach für euch den besten Weg raus eure Bilder zu bearbeiten ähm ja das sind so die Tipps die ich geben kann und was ich euch auch noch ans Herz legen kann ist ein Selfie Stick weil wenn ich Selfies von mir mache benutze ich viel lieber den Selfie Stick zumindest wenn ich die hier halt in diesem Hintergrund mache als äh wie wenn ich die jetzt ohne Selfie Stick mache weil ich habe einfach nicht so einen langen Arm deswegen benutze ich den Selfie Stick und habe halt dann einfach viel mehr Freiheit so wenn man das so sagen kann aber das ist halt schon echt cool also einen Selfie Stick kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen ich habe meinen damals voll günstig bei Primark für 3 Euro gekostet äh gekauft und ähm ja ich hoffe das hat euch wie gesagt ein bisschen weiter geholfen falls ihr noch Fragen habt stellt die in die Kommentare aber ihr müsst bedenken ich kann euch nicht bei allen Sachen helfen weil äh ja ich habe auch nicht für alles eine Antwort aber stellt sie gerne und ja dann würde ich mal sagen wir sehen uns im nächsten Video und ja Ciao